Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Heute gibt es den dritten Teil der neuen Story Quest vom 4.7.2018. Es geht hier um die Suche nach Concord. Außerdem sind die Bobcats verschwunden. Und wir haben in der letzten Folge herausgefunden, dass, oh mein Gott, der Idris wohl irgendwas mit dem Verschwinden von Concord und eventuell sogar den Bobcats zu tun hat. Denn das letzte, wo sie waren, war der Zirkus. Wir haben, unsere Suche hat uns jetzt zu Pai gebracht, denn die hat wohl, als sie noch böse war, ein dunkles Dark Rider, wie heißt die? Nachtreiterpferd für Justin kreiert. Und ja, die Pai ist ja mittlerweile lieb. Wir haben ihr ja damals einen goldenen Opfel gegeben. Und jetzt sind wir hier und wollen rausfinden, was hier los ist und ob sie uns mehr über Idris erzählen kann. Ich bin super gespannt und ja, super gehypt auf jeden Fall von dieser Quest. Es ist alles ein bisschen strange. Das ist Saga, mein Pferd. Ich habe sie seit meinem Treffen mit meinem Opa nicht mehr gesehen. Ja, ich sag doch, das ist Justins Pferd. Willst du mir etwa sagen, dass sie die ganze Zeit hier war? Dakota, du musst mir helfen, sie zurückzubekommen. Ja, logisch. Es geht gar nicht, dass sein Pferd hier ist. Überzeuge Igor, dass er Justins Pferd nicht will. Wenn du dich für dieses liebreizende Tier interessierst, dann bist du zu spät, Dakota. Pai hat schon zugestimmt, mir das Pferd zu verkaufen. Warum verkauft Pai Justins Pferd? Was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Ich zahle dir das Doppelte von dem, was du gezahlt hast. Sie hatte kein Recht, das Pferd zu verkaufen. Es gehört Justin. Du solltest wirklich eine Rasse finden, die die Kälte gut verträgt. Machen wir mal das. Ich werde ganz bestimmt dafür sorgen, dass ich sie über, ich meine, am Lagerfeuer aufwärme. Der will das Pferd essen. Ich glaube, dass sie gerade Mu gesagt hat, ist das überhaupt ein Pferd? Riecht sie nicht etwas komisch? Sie besteht eigentlich nur aus Knorpeln. Ja, wir nehmen mal die Knorpel. Knorpel, sagtest du also? Das geht gar nicht. Das Geschäft ist geplatzt, Hexe. Ich lasse mich nicht betrügen. Yes! Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Pai, was ist hier los? Wenn das nicht Dakota und die Reiter des Mondkreises sind. Ihr wollt mich wohl in meinem wohlverdienten Ruhestand stören. Pai, was ist hier los? Sag es sofort. Du willst also die Wahrheit über Idris und seinen Zirkus herausfinden? Vielleicht solltest du mir erst einmal erzählen, was du schon alles weißt. Dakota suchte einen gewissen Freund von uns, von dem wir glauben, dass er ein Gefangener des Zirkus ist. Als sie erwischt wurde, tauchte rund um den Zirkus ein unsichtbares Feld auf, um uns fernzuhalten. Wir hatten gehofft, dass du uns sagen könntest, wer der wunderbare Idris wirklich ist. Schließlich habt ihr eine gemeinsame Vergangenheit. Oh Gott, ist die hässlich. Ein gewisser Freund? Was ist los, Mondkriegerin? Vertraust du mir nicht? Nein, wir vertrauen gar niemandem. Gib Justins Pferd her. Ich, ähm, es ist nur... Es ist schon okay, Linda. Sie weiß es. Meteor? Das sind die am besten gehüteten Geheimnisse der Bewahrer Aydins. Sie weiß es. Nun gut. Wir suchen nach einer Sternrasse. Es ist ein sehr wichtiges Pferd. Oder Fohlen. Wir wissen das nicht so genau, da es auch unsichtbar ist. Unsichtbar? Konkord. Wir suchen nach Konkord, Pai. Und wenn es uns nicht gelingt, wieder in den Zirkus zu gelangen, dann könnte er für immer verloren sein. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Natürlich werde ich helfen. Du willst also die Wahrheit über den wunderbaren Idris erfahren? Ich kann dir so viel sagen, Soul Rider. Er arbeitet nicht für Dark Core. Okay. Vielleicht haben sie eine Möglichkeit gefunden, ihn zu kontrollieren. So, wie sie das mit dir getan haben, bevor Dakota dich mit Hilfe des goldenen Apfels gerettet hat. Hä? Mich kontrollieren? Das zeigt klar, wie viel du eigentlich weißt. Warum wurdest du dann... Ich werde hier nicht verhört. Bleiben wir lieber bei dem Grund für euren Besuch. Hexe Pai, warum kann ich nicht durch Idriss Illusionen sehen? Nicht einmal mit der Kraft des Mondkreises. Deine Kräfte lassen sich die Wahrheit sehen. Du brauchst die Sicht auf die Dinge, die voller Unwahrheit sind. Unwahrheit? Du meinst Lügen? Lügen sind nur eine widerliche Variante der Unwahrheit. Die Unwahrheiten von Idriss sind so real wie du und ich. Was ihr Mädchen braucht, ist ein Trank des Unwahrheitssehens. Ich habe das Rezept hier in meinem Wahrsagerhandbuch. Fünfte Ausgabe. Okay, dann sehen wir mal. Schatten des Sassafras. Das hätten wir. Talg des Standermanders. Vorrätig. Apotrüffel. Ich habe gar keine Apotrüffel mehr. Das heißt dann wohl, dass einer von euch welche für mich besorgen muss. Freiwillige? Ähm, ja. Ich hatte mir schon gedacht, dass du dich freiwillig meldest, Dakota. Ja, wer sonst, gell? Wer sonst? Wenn du das Unwahrheitssehen haben willst, musst du mir zuerst mit den Zutaten helfen. Okay. Reite mit der verwand... Was? Reite mit der verwandelten Saga zum Goldblattwald und beginne deine Jagd auf den Apotrüffel. Warum muss ich Saga nehmen? Die Apotrüffel sind eine seltene Pilzart, die unter bestimmten Bäumen wächst und nur von Schweinen gefunden werden kann. Jedenfalls habe ich das gehört. Hat eine von euch Mädchen daran gedacht, ein Schwein mitzunehmen? Nee. Das haben wir wohl vergessen. Kein Problem. Schweine sind einfach. Sogar noch einfacher als Frösche. Ohnein verwandelt sie jetzt Saga? Nein! Oh, stell dich nicht so an, Justin Morland. Die Verwandlung ist ja nur für kurze Zeit. Oh no! Saga ist jetzt ein Schwein. Wie cute! Oh, goodness! Hi! Ich finde sie süß. Ich auch. Ich finde sie auch super cute. Jetzt hast du dein Schweinchen, Dakota. Setze sie auf die Stelle, die ich auf deiner Karte markieren werde. Und ihr Rüssel wird den Rest erledigen. Äh, habe ich sie jetzt schon dabei? Saga. Saga. Okay, ich habe Saga schon dabei. So. Wir machen jetzt Trick 17 mit Selbstüberlistung. Ja. Ja. Falls ihr keinen Bock habt, euch wieder aus dem Kesselsumpf hinaus zu fretten, hätte ich jetzt schon fast gesagt, lasst euch einfach hinein plumpsen und ihr seid wieder am Anfang. Das mache ich immer so, weil mich das nervt. So, wir müssen, ähm, ich denke mal, wir müssen jetzt dahin, wo das Rennen stattfindet, oder? Wie kommen wir denn da am schnellsten hin? Ähm, können wir da runterlaufen? Ich weiß es gar nicht. Ja, da können wir runter, oder? Sieht zumindest so aus. Komm, Sissi, auf geht's. So. Ähm. Ah, hier sind wir schon. Direkt beim Rennen. Du setzt das Schwein auf den Boden. So, Saga, los geht's. Folge dem Schwein Saga und suche nach einem seltenen Apodrüffel, der unter der Erde wächst. Äh, halt, halt, warte auf mich. Saga, Saga. Oh mein Gott, seht ihr es? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist so unfassbar cute. Seht ihr uns? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind so süß. Oh mein Gott, wir sind so süß. Oh mein Gott, wir sind so süß. Ich drehe vollkommen durch. Ich möchte ein Schwein. Wo ist sie denn jetzt? Oh, 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 oh. Hat sie, hat sie was gefunden? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Oh mein Gott, es geht weiter. Oh Saga, du bist so süß. Wie sie hüpft mit den Öhrchen. Seht ihr die Öhrchen? Ihr seht die Öhrchen nicht. Es ist so süß. Oh, sie wird wieder langsamer. So, haben wir wieder was gefunden? Ja. Haben wir. So, weiter geht's. Wie viele brauchen wir denn? Oh, sie ist so cute, wie sie rennt. Seht ihr, wie sie rennt? Oh mein Gott. Oh, die Öhrchen. Oh, sie wird wieder langsamer. Oh mein Gott, wir kriegen noch einen, wir kriegen noch einen. Also, sie ist total nützlich, oder? Was sagt ihr dazu? Bis jetzt finde ich die Quest super strange, aber... Oh, wir haben es schon geschafft. Ähm, aber auch eigentlich ganz süß, oder? Du bist nicht ganz sicher, aber entscheidend will sie dir sagen, dass sie Justin vermisst. Oh. So, okay, wir müssen... Haben wir das Schwein dabei? Okay, aber wo sind die Trüffel? Oha. Okay, also wir gehen wieder zurück. Wo kamen wir denn her? Hier, oder? Äh. Oder? Nee. Wo kamen wir denn her? Ich weiß es nicht. Oh no. Äh. Sind wir hier richtig? Ja, ja, wir sind hier richtig. Okay. Oh mein Gott. Also, wir wissen jetzt schon mal, Idris arbeitet nicht für Dark Core. Das ist schon mal, das ist schon mal positiv. Aber wir wissen noch nicht, was für eine Agenda unser Idris hat. Und er war ja auch jetzt nicht da. Also, wir haben ihn jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Das heißt, wir konnten ihn ja jetzt gar nicht damit konfrontieren, was hier los ist. Die Musik hier ist super cool. Ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Sie ist ein bisschen leise. Das sieht hier schon sehr cool aus, oder? So, dann gehen wir mal... Äh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Was mache ich denn jetzt hier? Gehen wir jetzt da hoch. Ich falle immer in diesen Sumpf, Leute. Wem geht es noch so? Ich falle immer in diesen blöden Sumpf. Also, jetzt nicht nur, wenn ich da wirklich in den Sumpf fallen will, weil ich zurück möchte. Aber ich falle da immer rein. Ich bin irgendwie... Ich habe es nicht so im Griff. So. Jetzt aber. Benutze Saga. Okay. Moment. Du bist wieder da. Haben du und Saga den Abo-Trüffel gefunden? Grunz, Grunz. Saga, es tut mir leid, Mädchen. Wir werden dich bald wieder in deinen Normalzustand verwandeln. Bist du sicher, dass sie nicht viel lieber so bleiben will? Sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Was? Verwandle sie bitte wieder zurück. Nun gut. Ah. Wow. Saga, bist du das? Du bist wunderschön. Ich habe ein paar Verbesserungen durchgeführt als Entschädigung für all die Dinge, die ich hier angetan habe. Ja, Pi, das war nicht okay. Mädels, seht nur mein Pferd. Oh, wie er sich freut. Oh mein Gott. Nun gut. Wow. Saga ist jetzt ein Hannoveraner und sie ist wunderschön. Du hast einen wirklich prächtigen Abo-Trüffel gefunden. Strahlend und doch bescheiden. Und überhaupt nicht fest. Du und das kleine Schweinchen habt tolle Arbeit geleistet. Hoho. Okay. Jetzt müssen wir absteigen. Oh no. Jetzt muss ich wahrscheinlich, das muss ich ihr wieder helfen. Da bin ich immer eine totale Niete. Das Rezept für den Trank des Unwahrheitszähns ist einfach, aber muss haargenau befolgt werden. Ich werde die Anweisungen geben und du führst diese so schnell wie möglich aus. Auf die Plätze. Fertig. Brauen. Oh no. Okay, ich bin jetzt schon im Stress und ich weiß noch nicht mehr, was ich machen muss. Was muss ich machen? Dahinter. Schnell. 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 Nein. Oh Gott. In den Kessel. In den Kessel. In den Kessel. Oh mein Gott. In den Kessel. No, 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 no. Warum geht's nicht? Warum kann ich hier nicht in den anderen Kessel ausscheißen? Äh. Hä? Okay. Also das ist schwierig mit den Leuten außenrum. Wir probieren's gleich nochmal. Okay. Also wir müssen dahinter. Das wissen wir jetzt schon. So. So. Zwei Tropfen in den Kessel. Okay. Einmal. So. Was muss ich jetzt machen? Wieder in den Kessel. Okay. Hab ich? Hab ich? Hab ich? Wo muss ich jetzt hin? Nach hinten? Nach hinten? Nach hinten? Oh mein Gott. Wieder in den Kessel. Warum ist es immer in denselben Kessel? Nein. Jetzt geht's wieder nicht. Oh nein. Jetzt geht's wieder nicht. Geh mal bitte weg. Oh. Jetzt kommen die Apotrüffel. Wo sind denn die Apotrüffel? Äh. So. Hier. In den Kessel. Ah. Und jetzt? Wir tanzen. Dieser Teil könnte etwas dauern. Vielleicht kommst du morgen wieder. Was? Ausgezeichnete Arbeit, Dakota. Der Trank ist fast fertig. Fortsetzung folgt. Die Fortsetzung des Auftrages folgt in einem zukünftigen Spielupdate. Bis dahin kannst du mit den täglichen Aufträgen weitermachen, bessere Ergebnisse in den Wettbewerben erzielen und eine tolle Zeit mit deinem Freunden in Jorvik verbringen. Hab einen schönen Tag in Jorvik. Oh no. Oh no. Oh no. Wir, wir, wir wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Wir wissen jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Oh Leute. Nächsten Mittwoch geht's weiter. Oh mein Gott. Cliffhanger. Okay. Ich höre jetzt auf zu weinen und verabschiede mich auf jeden Fall von dieser Folge von euch. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus. Servus. Servus.